Moin Moin Miteinander und herzlich Willkommen zurück zu Neverwinter. Ja, wir sind hier gerade dabei, Mantul, Darylf oder das Unterreich zurückzuerobern, die Dämonen zurückzuschlagen. In der letzten Folge hatten wir einen großen Kampf siegreich hier bestritten. Naja, und jetzt geht unsere kleine Truppe einfach mal weiter geradeaus. Wir lassen uns überraschen, was jetzt alles kommt. Gucken wir mal hier ein bisschen, was hier so rechts ist. Gucken wir ein bisschen, was da so links ist. Alle laufen hier mal hinterher. Ich bin die große Ente und das sind die ganzen Entleinen, die mir folgen. Ah, große Dämonenportale und Dämonen. Leute, es wird wieder haarig. Bei diesen haarigen Dämonen. Drei, zwei, eins, Attacke! So, und ich bin als erster weg. Ach, da hinten kommt schon die Verstärkung. Also, ich bin als Ecker. G讐, das war dein, was hier wert ist. So, das war's. Das ist doch noch gar nicht so schlimm, Leute. Was brennt hier hinten noch? Naja, haben die Dämonen ein kleines Lagerfeuerchen gemacht, ne? In den Höhlen ist es ja möglicherweise auch kalt. So, Schienen. Wir folgen den Schienen. Hier sind die Schienen schon zu Ende. Okay. Da oben ein paar Dämonen. Tja, kein Lagerfeuer, um sich auszuruhen. So, ein Pech aber auch für uns. Sind alle dabei? Ich glaube ja. Ich glaube, es sind alle dabei. Na gut. Ah, Tacke. Ich sehe nichts mehr. Das ist so viel los. Jemand muss hier mal aufräumen. Jetzt müssen wir noch Lanz von seinem Wahnsinn heilen. Ich hoffe, das kriegen wir hin. Ah, da ist endlich das Lagerfeuer, bei dem wir uns ausruhen können. Ops. Oh, wir können tatsächlich. So, ja. Ich segne euch alle meine Freunde. Na, was bietet uns unsere Truhe hier? Kleinen Tomatuliestein. Naja. Was haben wir hier drin? Allianzvorräte. So, diese Sägen können wir gleich mal verwenden. Zack. Inventarpflege, ne? Muss sein. Wenn wir schon am Lagerfeuer sind und uns ein bisschen ausruhen. So. Fertig. Äh, naja. Das hier können wir vielleicht auch machen. So. Fertig. Schleude. Alle mir nach. Genug gefaulenzt. So. So, hier ist weiter nix. Äh, was ist hier? Ah. Lanzstuhljager. Entgegentreten. Ja, der ist dahinter, ne? Dahinter ist, glaube ich, so eine Arena. Genau. Okay, Leute. Seid ihr bereit, Lanz entgegenzutreten und ihn von seinem Wahnsinn zu heilen? Oder ihn zu töten, wenn der Versuch scheitert? Ich hoffe, ja. Die letzte Stunde hat geschlagen. Das Unterreich wird gesäubert werden. Oha. Wir kümmern uns um die Dämonen. Nehmt ihr euch, Lanz, vor. Mach ich. Hallo, Lanz. Wir kennen uns ja, ne? Lanz, wir kennen uns. Komm her. Ja, stimmt. Die sind alle weg, ne? Ich, ich guck mir das mal an. Wie sie das so hier hinkriegen. Ich kann da... Ah. Ich kann mir das auch nur angucken. Also ich kann hier nicht mitmachen. Nicht aufgeben. Nicht aufgeben. Nehmt euch den Balor vor. Genau. Immer auf die Füße hacken, damit er nicht treten kann. So, na gut. Ich glaube, ich sollte mich währenddessen mal tatsächlich um Lanz kümmern. Der guckt mich schon die ganze Zeit so böse an. Ich glaube, der hat keine Zeit. Der hat heute noch was vor. Das ist aber echt lustig, ne? Gut. Äh, wie gehen wir vor? Wie gehen wir vor? Ja, der wird doch bestimmt irgendwelche blöden... ...gehilfen hierher holen, ne? Machen wir uns erstmal unsichtbar, ne? Kann nicht schaden. So, Lanz. So. Einmal hier. Oh, da kannst du ja doch ein bisschen was ab, ne? So. Dann... Oh! Was war das denn? Hallo? Äh, nein. Na? Bam. Gut, okay. Dann machen wir mal. Au! Alter Schwede. Ausgewichen, mein Freund. Hahaha. Du bist zu langsam. Ja, ist ja gut. Ob er sich selbst verletzen würde, wenn ich während er den Stein schmeißen will, neben ihm stehe? Gute Frage, ne? Ja, ja, komm. Hui, du bist zu... Oh, zu langsam. Ah, wir versuchen es mal, ne? Komm! Ich... Ich glaube, er hat was abgekriegt, ne? Ich glaube, er hat was abgekriegt. Hui! Au! Was soll das denn? Na komm, wir versuchen es nochmal. Komm, Lerns. Na, machst du dich jetzt selber kaputt? Äh, au! Okay, jetzt hat er keinen Schaden gekriegt. Also vielleicht war es... Irgendwas anderes. Wir versuchen es nochmal. Letztes Mal. Nö, jetzt kriegt er keinen Schaden. Dann müssen wir es selbst machen. So, zack. Komm, Lerns. Ja, Celeste! Verband die Dämonen! Heile Lerns, Wahnsinn! Was... ist passiert? Für Erklärungen ist später auch noch Zeit. Ihr müsst euch ausruhen. Okay. Linu und Celeste. Ah, mit denen kann ich sprechen. Mit Makos über den Gegenzauber sprechen. Aber mit Lerns kann ich auch sprechen. Das tue ich dann doch jetzt sofort. Na gut, die Dämonen sind auch besiegt. Alles klar. Jeder hat seine Aufgabe erfüllt. Lerns, was hast du zu sagen? Das Ganze... Es tut mir so leid. Baphomet hat meinen Hass auf... auf alles verstärkt. Und ihn in dieses mörderische Verlangen nach dem Unterreich verdreht. Ich habe Dinge aus dem Abgrund gesehen, die ich niemals wieder vergessen kann. Bitte, lasst mich einfach in Ruhe! Ich bin zu einem Monster geworden. Ich kann mich kaum noch an mein altes Selbst erinnern. Du warst ein böser, Lanz. Du warst ein ganz böser. Lasst euch Zeit und ruht euch aus, Lanz. Eines Tages wird es euch wieder besser gehen. Die Zeit heilt nämlich alle Wunden Und mögen sie noch so tief sein. Ja, der gute Lanz. Okay, Makos, was hast du mir jetzt zu sagen? Ein Kampf mit so talentierten Mitstreitern ist sehr erfrischend. Der Gegenzauber? Ja, er ist bereit. Seit unserem letzten Treffen habe ich Viserans Plan genau untersucht. Er wird entweder Auflösung mit antimagisches Feld kombinieren, um die Labyrinthmaschine zu zerstören, oder er wird die magische Essenz der Labyrinthmaschine zusammen mit Baphomets Rückständen verwenden, um Auflösung auf jeden in der Nähe zu wirken. Ich werde bereit sein, wenn er Letzteres versucht. Es wäre recht unerfreulich, wenn wir erst den Dämonenfürsten töten würden, nur um dann selbst vernichtet zu werden. Ja, das wäre schon ein bisschen blöd. Wäre ein bisschen blöd. Also gut, dass du da ein Auge drauf hast, Makos. Okay, ja, die magische Essenz der Labyrinthmaschine zusammen mit Baphomets Rückständen, um Auflösung auf jeden in der Nähe zu wirken. Auflösung ist kein letter Zauber, ist kein letter Zauber. Hier im Spiel, naja, da macht er halt Schaden, okay. Aber im normalen D&D-Regelwerk, wenn Auflösung tatsächlich, naja, erfolgreich gewirkt wird, dann ist, ja, der Gegner weg. Gut. Danke für eure Arbeit, Makos. Okay. Verlassen. Verlassen? So schnell? Mantel Dareth wird geladen. Okay, das heißt, es wird jetzt zu Bruno Battlehammer wieder gehen. Ich vermute mal. Mal gucken, was Bruno noch zu sagen hat. Bruno Battlehammer. Hui. So, okay. Bruno macht hier wieder mal eine Party. Tausend Leute um ihn rum. Kapitel 11. Der Stoff aus dem Legenden-Sind. Geschlossen. Na, das war nur ein Vorgeschmack dessen, was passieren wird, wenn wir Baphomet erwischen. Dieser Dämonenfürst wird vor Angst erzittern, wenn wir es bis zur Labyrinthmaschine geschafft haben. Wo wir gerade davon sprechen, wenn mein Königreich jetzt ein paar Dämonenärmer ist, sollten wir uns mit Viserain treffen. So, wir sollten uns mit Viserain treffen. Ich bin mal gespannt, wie das dann von Laufen wird. Erstmal nehmen wir hier alles entgegen, was da ist. Jetzt haben wir eine Abenteuergeschichte bekommen. Richtig. Und wir brauchen noch zwei. Ich will mal kurz schauen. Also wir haben eine Abenteuergeschichte. Hierfür brauchen wir drei. Und hier brauchen wir fünf. Gauntengrimmschatz. Ein Schatz aus Gauntengrim, der einen von mehreren Gegendständen enthält. Also zehnmal Eroberer, Scherbe der Kraft. Gewölbejäger, Scherbe der Kraft. Dämonisches Buch der Erfahrung. Siegel des Beschützers. Naja, okay. Schwertküste verteidigen. Na gut, erstmal müssen wir uns darum kümmern. Also zwei Missionen müssen wir noch machen, um hier weiterzukommen. Aber diese Missionen können wir nicht mehr in dieser Folge machen. Ich würde vorschlagen, auch wenn es jetzt, naja, keine so lange Folge geworden ist, wir machen hier einen kleinen Cut. Und nach diesem Cut machen wir hier weiter. Werden wir uns die nächste Mission holen und gucken, wo es uns hin verschlägt. Gut. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und sage, bis zur nächsten Folge. Gut. Gut. Gut.